Hallo, willkommen zu meinem Livestream heute, sehr spät, dementsprechend, ja, sorry, gut, wenn wir früher sein können, aber ja, gut, ich hätte auch doch den anderen ersten auch machen können und holen können, aber wir gucken mal im Auktionshaus, nee, wir wollen keine Auktion starten, sondern es gibt manche Leute, die sind auf die Idee gekommen, wir tun mal einen ersten, quasi schon mal verkaufen, den man kaum kriegt, und ja. Ersten Martin von 2016 müsste er sein, nee, nicht der, ah, der Vantage, ähm, muss doch der DBS, Vantage, DBS, 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 ne, der ist so neu, den kriegt man jetzt nicht, was sagen, muss irgendwann nochmal auftauchen, dementsprechend, ja, so, wir haben heute ein bisschen was zu tun, heute ziemlich spät dran, und ich sag mal so, wir werden ein bisschen was machen, wir werden was machen, wir werden was machen, wir werden was machen, wir werden was machen. Ich hab das werden das machen machen, äh, so viel hintereinander gesagt, dass es werden was machen, werden was machen, werden was machen, ein bisschen lustiger erscheint. Ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dementsprechend Machen wir mal ein bisschen Tempo Ja Wenn ich das Lenkrad jetzt Und dementsprechend Ja und dementsprechend Können wir was machen Und ja 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 und dementsprechend Ja und dementsprechend Ja und dementsprechend Gas! So, wir gucken mal was wir heute machen können. Dementsprechend checken wir das ab. So, heute können wir den Königgang CCX und liken Hypersport. Ja, ich weiß nicht ob ich heute beide kriege. Aber wir werden heute sicher den machen. Versuch und Irrtum. Okay, Versuch und Irrtum. Sie hört sich nach Rallye oder Offroad-Meisterschaft an. Oder Querfeld ein. Und die wissen ja... Querfeld ein. Ist nicht mein Lieblingsdienst bei uns. Pickups und Allrad. Oh, C600. Pickups und Allrad. Halt! Halt! Stopp! Da muss ich doch was in der Kategorie sogar was haben. Pickup und Allrad. Ja, wir haben eine ganze Menge. Also eigentlich den, 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 den. Ist sogar den Silverado will ich eigentlich auch fahren. Gedanklich schon. Wir können den Bronco fahren. Wir können den Bronco Raptor fahren. Wir könnten den fahren. Wir könnten einiges fahren. Wir könnten den, den nicht. Aber den... Weil es ein Turbodiesel ist. Ist ja sehr interessant. Wir könnten den, die beiden... Wo es eher den Tundra nehmen würde wegen der Beschleunigung. Und wir nehmen den Tundra. Wir nehmen einfach den Tundra. Toyota, Tundra, TRC Pro, TRD Pro. So, und dementsprechend Festival. Und... Der kann sprechen. Ja. Ein japanischer V6. Und ein japanischer V8-Motor in der Haube. Der Kraft hat. Auch ein V6-Motor kann kraftvoll sein. Wir wissen ja, wie kraftvoll die sind. Wir haben sogar Rallyard. Rallyard. Rallyard? Das war früher immer so ein bisschen busy. Wir können mal sagen, eine gewisse Zeit jetzt wohl auch Toyota. Höhöhöhöh. Höhöhöh. Und... Dementsprechend. Ja. Weil diese Fahrzeuge sind richtig gut zu fahren hier an der Toyota. Und so. Also ich find's schon cool, dass wir jetzt seit letzter Zeit immer mehr Toyotas haben. das ist das coolste für den Updates bei Horizon 5, dass sie immer mehr Toyotas kriegen. Ab Horizon 4 hat es ja langsam begonnen mit den ganzen Toyotas, weil Horizon... Forza Horizon 4 war da glaube ich der Teil wo Playcock Games geschafft hat, dass Toyota wieder so richtig in die Fahrzeugkategorie wieder hier drin ist. Also dass man Toyotas wieder fahren kann. Tja. Das ist schon ne coole Sache. Dementsprechend. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. So, jetzt geht es rund. So, dementsprechend geht es los. So, und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es ja schon letzte Woche gesagt habe. Das wünsche ich euch noch einmal. Dementsprechend, ja, kann ich sagen. Und dieses Jahr hat es ja schön begonnen. Wir haben ja vier neue Abos hingekriegt, äh, Follower. Ich sage immer so Abos gerne. Wegen YouTube früher, weil ich da früher gestreamt habe, habe ich ja immer Abos gesagt. Jetzt haben wir, heißt es ja, hier heißt es ja Follower. Also man macht, man macht irgendwie immer alles falsch. Dementsprechend. Seit neuestem haben wir auch hier die Funktion bei Twitch gemacht. Gemeinsam schreiben. Nee, klar, die ist sogar neu. Ippon Denso. Wow. Also dementsprechend. Geiler Scheiß. Wir hören die tausend und eine. Tausend und eine. Wir können schneller fahren. Es ist unglaublich, wie schnell ich mit dem Tacoma bin. Ich war jetzt ein bisschen zackhaft bei dem Angriff. Aber wir müssen hier den Tronco-Reaktor auch abnehmen. Aber wir haben noch drei Runden. Also wir haben noch Zeit. Zeit zu grüßen. Grüßen durch die City. Zwei mal coolt. Zwei mal coolt. Ich wollte mal schneller. So, das können wir jetzt mal coolt. Cool. So. Dementsprechend geht es weiter voran. So. 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 Wir sind sehr schnell unterwegs. Ja, ich summe mir was entgegen, weil ich habe wieder nur... So. 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 Ich höre auf, jetzt wird's schon. Also dementsprechend. Aber nicht, wir haben nicht das typische Renault, äh, nicht Renault, sondern Toyota-Logo vorne dran, sondern den Toyota-Schriftzug vorne dran. Also nicht das Toyota-Logo, das Toyota-Zeichen, sondern den Toyota-Schriftzug. Dementsprechend interessant auch bei den Toyota-Modellen der SUVs. Jetzt hab ich eher gedacht, die werden ihr Marken-Logo statt ihren Schriftzug vorne drauf machen. Garbar, ein großes Toyota-Jungen-Logo. Toyota. 2. 4. 4. 4. 6. 8. 21. 23. 23. 24. 23. 2. 24. 24. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird interessant. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind mit 328 PS leicht dezent, leistungsmäßig dezent unterwegs, aber was in der Sonne ist, ist der Frontantrieb mit dieser Limo. Der Wagen fuße ich ja schon geil, vom Grund-Setup, also, ja, schon mal Neon-Schlope-City, Super-Limus. Also, die Zeit muss sein, und das mit dem Bremsleuchten in X-Form haben, ist auch cool. Ja, die Farbe kommt gut rüber. X-Form, im Engel. Aber nur Frontantrieb, also, ich weiß nicht, wie der Wagen jetzt sich verhält, ich fahre jetzt komplett blind. Ich sage mal, schau mal an, wie der Wagen ist. Gegenüber seiner anderen Fahrt, gegen den anderen Fahrzeugen in seiner Klasse, ist er eigentlich bei der Motorisierung sehr zahn um den Vierzylinder. Ja, aber, dafür ist er recht sportlich unterwegs, vom Fahrwerk her, und, ja, wow, und, ja, also, er ist halt vom Frontantriebskonzept sehr interessant, halt. Und, ja, ein sehr interessantes Fahrzeug, halt, ich möchte mal schauen, was er schon kann. Bei den Super-Saloons würde ich den Audi RS3 nie setzen. Der ist die RS3-Limo, weil, für mich ist es kein Super-Saloons, da ist der hier schon mehr. Aber, die meisten kleinen Limousine haben Frontantriebs, aber, die meisten müssen schon mal Hinterrad und kein Frontantriebs, das ist schon Fahrzeug, der hier ja gegen die grösseren Vierzylinder antritt, in Japan, in China, gegen Berkeley und so, und Luxusblatt besorgt. Mit Frontantriebs ist eigentlich gar nichts zu langsam. Er hat immer noch die Tendenz, immer noch, das war jetzt so gerade, aber, wenn man hier guckt, der Mainz Sportlichkeit ernst, deutlich ernster als der Nissan Sentra, dann kann ich schon verstehen, was er zu den Zünder holen kann. Er hat so die Zünder zu schlafen, zu den Zünder zu schlafen. Der quirlige Vierzylinder-Motor unter der Haut, der macht richtig Spaß. Ich glaube, ich habe mit dem linken Code den großen Spaß auch gehabt. Das ist ja, glaube ich, auch ein Frontantriebs, nee, ein Talerrad. Aber wie der Wagen fährt, er meint, dass es schon guter ist. Das ist ja, glaube ich. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Der Wagen fährt sich sehr präzise. 183 durchs Ziel, also 82, kann man mir ehrlich sagen. Das ist sicherer 182. Der Wagen hat richtig Spaß gemacht. So fährt sich so ein Ski richtig perfekt. Nur mit Frontantrieb. So, dann haben wir jetzt ein Königseck und dementsprechend... Schauen wir mal, was wir hier in die nächste Zeit haben. Ja, wir haben ein bisschen was noch. Aber dementsprechend sage ich Tschüss und Adios Amigos. Wir sehen uns in der Let's Play Folge morgen erst dann. Und sage... Bye! 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 Bye!